Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Natur Objektiv. Heute geht es unter den verschiedenen Ernährungsformen um die Heterotrophie. Und ich möchte euch heute jene Ernährungsform näher bringen, wo ein Lebewesen ein anderes gebraucht, oder man könnte auch fast sagen missbraucht, um den eigenen Stoffwechsel am Laufen zu erhalten und um sich zu ernähren. Und genau darüber wollen wir heute reden. Was ist die Natur? Irgendein anderes Lebewesen. Es wird aufgenommen, entweder partiell oder ganz und es wird dann im Inneren zerlegt und eben für den eigenen Stoffwechsel gebraucht. Ich habe im Falle der Heterotrophie, wo es ja wirklich darum geht, dass die meisten Formen, nicht alle, aber die meisten Formen, wirklich ein anderes Lebewesen brauchen, um selber am Leben zu bleiben, an einer anderen Stelle schon den Sündenfall der Natur genannt, metaphorisch natürlich. Und ich möchte euch heute die verschiedenen Formen, es sind eigentlich drei große Gruppen, näher bringen und erklären, wie diese einzelnen Fälle zusammenhängen. Also das erste ist einmal der sogenannte Kommensalismus. Kommensalismus, der Name kommt vom lateinischen Kommensalis, das ist der Tischgenosse, ist eigentlich das Mitessertum und es ist von den verschiedenen Formen eine der harmloseren Ernährungsformen, weil es tatsächlich dadurch definiert ist, dass ein Lebewesen mit oder an einem anderen mitisst, diesem aber nicht schadet. Das wären beispielsweise die ganzen Folger, die in der afrikanischen Savanne hinter den großen Beutegreifern herlaufen und dann die übrig gebliebenen Kadaverreste verbrauchen. Also Aasfresser, die schädigen kein Tier mal per se, aber sie fressen sozusagen am reichgedeckten Tisch der anderen mit, ohne diese aber direkt zu schädigen. Die Übergänge sind natürlich fließend, es kann sein, wenn diese Aasfresser überhand nehmen oder ein sehr starker Druck entsteht, weil sie also eine günstige Entwicklungsmöglichkeit hatten, dass dann auch die Beutegreifer gestört werden und dass ihnen dann die Kadaver, die sie selber noch nutzen wollen, streitig gemacht werden. Bei uns wären zum Beispiel so klassische Kommensalen, wenn sie nicht so den Übergang zu den Parasiten machen würden, die ratten. Die leben von Abfällen und schädigen uns nicht direkt, aber es gibt dann natürlich verschiedene Interaktionen, die diesen Kommensalismus wieder relativieren, wie zum Beispiel die Krankheitsübertragung. Einzelne Fälle sind dann zum Beispiel auch die Kotfresser, die also die Abfälle, die Hinterlassenschaften anderer Tiere verzehren und diese verwenden, um den eigenen Stoffwechsel am Laufen zu halten oder auch um ihre ganze Brut aufzuziehen. Das sind sehr viele Insekten, die das machen und die fallen ebenfalls unter den großen Überbegriff des Kommensalismus. Eine Spezialform wäre zum Beispiel das phoretische Verhalten oder Phoresie. Das ist schon ein bisschen komplexer, da wird ein Lebewesen verwendet als Trägersubstanz, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Es gibt zum Beispiel sehr viele Milben, die an Insekten, vor allem an kotfressenden und kotverbrauchenden Käfern sitzen, wie unseren Mistkäfern, und sich dann von Misthaufen zu Misthaufen transportieren lassen. Da ist allerdings ebenfalls der Übergang zum Parasitentum, das schon nicht mehr so angenehm für das betroffene Lebewesen ist. Fließend eigentlich die Milben, die die Kotkäfer, die Mistkäfer befallen, zählen ja, wenn man es ganz genau nimmt, schon zu den Parasiten, weil sie diese in großer Menge als Transportmittel verwenden und dann diese auch stören und schädigen. Es gibt auch Milben, die an Insekten sitzen und sich von einem Ort zum anderen transportieren lassen und dann selbst bereits beginnen, an den Gelenkshäuten ein bisschen zu piksen und Gelenksflüssigkeit, Gewebsflüssigkeit aufzunehmen. Das ist dann natürlich auch der Übergang zum Parasitentum. Der zweite große Ernährungskomplex wäre der Mutualismus, also die Form der Symbiosen, das bedeutet, dass zwei Lebewesen, zwei Arten oder Lebewesen zwei Arten miteinander in Interaktion stehen und jeweils einen Vorteil davon haben. Die tun das aber nicht, weil sie einander wohltun wollen oder weil sie einander so wohlgesonnen sind, sondern es sind eigentlich parallel geschaltete Egoismen. Ein Lebewesen hat was davon, das andere hat etwas davon und dadurch ergibt sich eine synergetische Art des Zusammenlebens. Beispiele für solche symbiotischen Interaktionen sind zum Beispiel unsere Darmflora. Viele, viele Bakterien kommen im Darm vor und sind sehr, sehr nützlich für uns. Sie sind wichtig und wesentlich für unser Immunsystem. Sie sind auch wesentlich dafür, dass unsere Verdauung gut funktioniert und ohne einer großen Menge Bakterien in unserem Darm könnten wir gar nicht existieren. Eine zweite und sehr bekannte Form der Symbiose ist Klaunfisch und Seeanemone an den Riffen. Da sind einerseits die Fische, die die Seeanemonen vor Fressfeinden schützen, aber wie man auch neuerdings herausgefunden hat, noch viel, viel mehr machen. Nächtens fächeln sie den Seeanemonen mit ihren Flossen frisches Wasser zu und halten sie daher sauerstoffreich, nützen also dem Stoffwechsel der Seeanemonen. Eine Sache, die man bis vor kurzem noch gar nicht gewusst hat. Die Klaunfische werden übrigens durch eine Schleimschicht vor den Nesselzellen der Seeanemonen geschützt, sodass ihnen nichts passieren kann. Und ganz offensichtlich ist es auch so, dass ihnen die gegenseitige Berührung, also Fisch und die Tentakel der Seeanemone angenehm sind und sich so eine solche symbiotische, also synergetische Interaktion ergibt. Ähnliche Dinge haben wir von den Madenhackern, die in der ostafrikanischen Savanne Ektoparasiten, also Insekten, die im Fell, im Pelz von Großsäugern sitzen, herauspicken. Es gibt dann noch Spezialformen, wie zum Beispiel die Mykorrhiza. Das ist eine spezielle Symbiose, wo Pilze im Wurzelgeflecht von Pflanzen vorkommen und da auch eine ganz wichtige synergetische Funktion übernehmen. Die dritte Form der Heterotropheninteraktion ist der Antagonismus, also das, was sozusagen einen Schaden für einen bedeutet und einen Nutzen für den anderen. Da haben wir als Zentrum einmal das Räuberbeuteverhältnis, also das Prädatorentum. Und das Räuberbeuteverhältnis oder Prädatorentum ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Lebewesen, ein anderes, komplett oder zumindest zum Großteil sich einverleibt, um es dann über den Verdauungstrakt zu verdauen und für den eigenen Stoffwechsel zu verwenden. Da sind natürlich die ganzen Raubtiere zu erwähnen, wie zum Beispiel hier die Tiger. Wenn also das hier nicht so ein Lieberkuscheltiger wäre, dann müsste ich mit ihm schon sehr gut bekannt sein, dass ich hier so neben ihm sitzen könnte, ohne dass ich etwas zu befürchten hätte. Aber in vielen, vielen Tiergruppen gibt es dieses Räuberbeuteverhältnis, zum Beispiel die Seidenmalerei da hinten zeigt einen Skorpion. Skorpione sind starke Räuber, Jäger, die Insekten oder andere Spinnentiere fangen und mit ihrem Giftstachel töten, wenn sie relativ groß sind. Wenn sie kleiner sind, dann werden sie gleich direkt mit den Mundwerkzeugen, die zwischen den beiden großen Greifbeinen vorne vorhanden sind, zerlegt. Aber auch im Meer ist natürlich eine riesige Fülle von Predatoren zu finden, auch bei Gruppen, wo man es nicht für möglich halten würde, nämlich zum Beispiel bei den Mollusken, bei den Schnecken. Hier zum Beispiel eine Konusschnecke, eine Kegelschnecke, die ebenfalls Räuber sind und die mit einem langen Probostis, einem Rüssel, wo Giftpfeile drinnen sind, andere Tiere, vor allem verschiedene Wurmformen, Polycheten und Ähnliches, aber sogar Fische harponieren, ihnen ein Gift injizieren, ein sehr schnell und stark wirksames Gift, das Konotoxin, und sie dann nachher verzehren. Also wir sehen, dass das Räuberverhältnis, das Prädatorentum, das eine Direkteinverleibung eines anderen Lebewesen bedeutet, gewährdurch die ganze Evolution eine der Haupternährungsformen repräsentiert. Die zweite antagonistische, große antagonistische Form der Ernährung ist der Parasitismus. Und beim Parasitismus ist die Definition relativ einfach. Es führt die Ernährung zu einer Schädigung eines anderen Lebewesens. Der Parasit benutzt also einen sogenannten Wirt, um sich zu ernähren, bringt diesen Wirt aber nicht sofort oder gar nicht um und verwendet ihn nur teilweise oder vorübergehend. Das ist die Definition des Parasitismus. Wir sehen zum Beispiel beim Ektoparasitismus, also bei Außenparasiten, die andere Lebewesen von außen befallen, auf ihnen sitzen und dann irgendwelche Handlungen vollziehen, wie zum Beispiel bei uns die Moskitos, Gelsen, die Blutsaugen wollen, um ihre eigene Brut großbringen zu können und aufbringen zu können. Und dieses Blutsaugen ist natürlich ein Schädigungsverhalten für uns oder auch für andere Säugetiere. Und deshalb bezeichnen wir sie als Parasiten. Wenngleich das kleine Tröpfchen Blut, wenn nicht gerade Krankheiten übertragen werden, ja nicht so schlimm wäre. Aber Parasitismus ist es allemal. Dann gibt es die große Gruppe der Endoparasiten, also wo der Parasitismus im Körper drinnen stattfindet. Die ganzen Eingeweidewürmer zum Beispiel, wo also Würmer, Bandwürmer, Spulwürmer im Körper drinnen sitzen und sich im Körper drinnen, vor allem im Darntrakt ernähren. Es gibt aber auch sehr viele andere Endoparasiten, wie Pilze, wie Bakterien. Die meisten Bakterienerkrankungen, die wir kennen, sind nichts anderes als Endoparasitismen. Eine ganz besonders kuriose Form des Parasitismus ist der Kleptoparasitismus. Man nennt es auch Diebsparasitismus. Das heißt, es wird einem anderen Lebewesen etwas weggenommen. Man schädigt es also sozusagen indirekt. Möwen sind beispielsweise solche Marodeure, die herumfliegen und die anderen Lebewesen ihre Nahrung wegnehmen. Und wenn ihr relativ viel im Internet googelt und in YouTube, aber auch in den sozialen Medien, Clips anseht, da werdet ihr eine Fülle von lustigen Clips finden, wo Möwen zum Beispiel Menschen, die an einer Mole stehen, ihre Burger aus der Hand stehlen und sie wegziehen und selber fressen. Das ist eine klassische Form des Kleptoparasitismus, obwohl es für uns natürlich relativ leicht zu verschmerzen ist. Man kauft sich einfach einen neuen Burger und wir werden das den Möwen gönnen. Aber insgesamt ist es jedenfalls eine Form des Parasitismus, die auch erwähnt werden muss und die in verschiedenen Gruppen relativ häufig vorkommt. Dann gibt es noch eine Sonderform, das ist der Brutparasitismus. Das kennen wir auch alle, das Beispiel nämlich vom Kuckuck, jener Vogel, der seine Eier in die Nester anderer Vogelarten, viel kleinerer Vogelarten legt und dann dort ein großes Junges herauskommt, das die anderen Jungen der anderen Art aus dem Nest schmeißt, was schon nicht mehr so nett ist und sich dann eben aufziehen lässt. Und der Kuckuck als biologische Art, als Vogelart auf diese Weise eben Brutparasitismus betreibt. Wir haben an dem Ganzen jetzt schon sehr schön gesehen, wie ich es ja in vielen anderen Clips schon versucht habe zu erklären und darzustellen, dass in der Natur niemand verschont wird. Das Ganze ist wie ein Kettenhemd. Die einzelnen Glieder hängen ineinander, was für eine Lebewesenart gut ist, ist automatisch für die andere schlecht. Es ist nicht eine Frage des Handlungsspielraums. Es ist auch nicht eine Frage einer übergeordneten Ethik, die schließt sich durch dieses Verhalten oder durch diese Funktionsweise der Natur automatisch aus. Die Lebewesen hängen in einem Geflecht gegenseitiger Ernährungsabhängigkeiten voneinander ab. Ob wir daraus aber zum Beispiel den Schluss ableiten können, dass die Natur grausam ist, das habe ich in einem eigenen Clip behandelt und ihr werdet auch über diesen Clip dann informiert, automatisch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Also wenn euch diese Themen interessieren und auch der heutige Clip gefallen hat, dann bitte ich um Thumbs Up und ich bitte um das Abonnieren des Kanals. Bis zum nächsten Mal. Jedenfalls wünsche ich euch alles Gute und viel Glück.